In Indien gibt es einen schönen Satz, der heißt, mit der Entscheidung kommt die Hilfe. Man könnte auch anders sagen, in den Momenten deiner Entscheidung formt sich dein Schicksal. Wie sieht es aus mit deiner Entscheidungskraft? Wie stark bist du entschieden? Ich begrüße dich beim Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und das wird eine relativ kurze Folge. Kurz, knackig, auf den Punkt. Denn wir sprechen über etwas, was man auch kurz und knackig besprechen kann, nämlich Entscheidungen. Denk bitte jetzt mal an eine Sache, die du in deiner Zukunft haben willst. Ein Ziel, das du erreichen willst. Etwas ganz, ganz Wichtiges, wo du sagst, das ist etwas, was ich unbedingt noch erleben, was ich unbedingt noch haben, was ich unbedingt noch erreichen möchte. Denk mal drüber nach. Was ist es? Wähl jetzt mal eine Sache aus. Es ist egal, du hast vielleicht mehrere Ziele. Aber wähl jetzt gerade mal eine Sache aus, während du das hörst. Eine Vorstellung. Es kann ein finanzielles Ziel sein zum Beispiel. Es kann ein berufliches Ziel sein, was du mal für einen Beruf haben willst, in welcher Firma du mal arbeiten willst, ob du selber mal eine eigene Firma, ein eigenes Business aufmachen willst. Es kann natürlich auch ein Reiseziel zum Beispiel sein, wo du mal hinreisen willst. Etwas, was du mal erleben möchtest. Es spielt keine Rolle. Aber wähl jetzt mal ein Ziel, wo du sagst, das hätte ich so gerne in der Zukunft. Okay, und jetzt stelle ich dir eine Frage. Hast du dich dafür wirklich entschieden? Denn in den Momenten deiner Entscheidung formt sich dein Schicksal. Es ist egal, wie sehr du das haben willst. Es ist egal, wie schön du dir das ausmalst. Die entscheidende Frage ist, hast du dich dafür entschieden? Denn eine Entscheidung bedeutet, dass du auf dieses Ziel aktiv zugehst. Eine Entscheidung bedeutet, in die Aktivität zu gehen. Das Wort Entscheidung kommt von Entscheidung. Das heißt, das kommt eigentlich aus dem Mittelalter. Du weißt ja immer, das Schwert steckt ja in der Scheide. Das heißt, wenn ein Ritter dann etwas entschieden hat, das bedeutet nichts anderes, als das Schwert aus der Scheide gezogen zu haben. Das heißt, jetzt ist er aktiv in den Kampf gegangen. Jetzt ist er aktiv geworden. Jetzt ist er an dem Point of no return. In dem Moment, wo das Schwert aus der Scheide gezogen ist, weißt du, jetzt bin ich dran. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So nach dem Motto, ach, April, April, okay, dann machen wir doch nichts. Also, das heißt, lass uns einfach jetzt mal kurz und knackig überlegen, ist das ein Wunsch, den du hast, oder hast du eine Entscheidung dafür getroffen? Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Kriterien. Ich denke, wir schaffen mindestens drei, vielleicht sogar fünf Kriterien, die ich dir gebe, an denen du erkennen kannst, ob du wirklich eine Entscheidung getroffen hast. Denn wenn du eine Entscheidung getroffen hast, hast du eine sehr, sehr, sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn du aber keine Entscheidung getroffen hast, ist deine Erfolgswahrscheinlichkeit gegen null. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen glauben, sie hätten eine Entscheidung getroffen, aber sie haben keine Entscheidung getroffen. Und zwar aus folgenden Gründen. Punkt Nummer eins. Wann ist eine Entscheidung wirklich eine Entscheidung? Eine Entscheidung ist dann eine Entscheidung, wenn sie dich in die Aktivität bringt. Das heißt, du hast ein Ziel, du hast einen Wunsch, du hast etwas, was du haben, erreichen oder erleben möchtest. Okay, zum Beispiel das, was ich dir vorhin gesagt habe, an was du denken sollst. Und jetzt ist die spannende Frage, tust du jetzt etwas aktiv dafür und zwar gezielt oder nicht? Also angenommen, nehmen wir mal ein ganz profanes Beispiel, angenommen, du wolltest schon immer mal nach Neuseeland und wolltest dort mal zwei Monate eine komplette Auszeit machen. Nur als Beispiel. Hast du dafür jetzt eine Entscheidung getroffen, bloß weil du sagst, ja gut, was brauche ich dafür? Ich brauche erst mal Geld. Ja, ich arbeite ja jeden Tag. Und ich versuche ja auch mehr zu arbeiten und versuche ja auch gut zu arbeiten. Ist das deswegen eine Entscheidung? Nein, ist es nicht. Es ist keine Entscheidung. Denn eine Entscheidung ist dann eine Entscheidung, wenn sie dich gezielt in die Aktivität bringt für dieses Ziel. Um bloß einfach weiterzuarbeiten, weil du sagst, du verdienst Geld und du brauchst da Geld dafür. Das ist keine Entscheidung. Denn arbeiten müsstest du auch so. Was ist das, was du anders oder mehr machst für dieses Ziel? Wie bringt es dich in die Aktivität? Wie arbeitest du ganz gezielt? Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich habe einen Nebenjob angenommen. Wie auch immer. Ich habe aufgehört zu rauchen zum Beispiel, weil ich mir jeden Tag diese fünf oder acht oder zehn Euro wegspare, um dieses Ziel zu erreichen, das ich mit dem Flug leisten kann und diese zwei Monate. So, dann sind wir bei der Entscheidung. Dann bist du aktiv. Dann machst du ganz gezielt neue Dinge oder du lässt ein paar Dinge, um dich auf ein Ziel zuzuweigen. Du bist in der aktiven Selbstbestimmung. Also, der erste Punkt. Eine Entscheidung hast du erst dann getroffen, wenn du aktiv, gezielt, jeden Tag, regelmäßig etwas für dein Ziel tust, um dich darauf hinzubewegen. Der zweite Punkt ist der Veränderungsimpuls. Du machst andere Dinge. Du machst neue Dinge. Du bist erst bereit, ein Ziel zu erreichen, wenn du bereit bist, dich zu verändern. Das ist das, was die meisten Menschen nie verstehen. Sie möchten etwas, was sie momentan noch haben. Das heißt, sie möchten einen Umstand, sie möchten einen Erfolg haben in ihrem Leben, den sie so bisher noch nicht gehabt haben. Das heißt, es soll sich ja etwas in ihrem Leben verändern. Aber wenn du in deinem Leben nichts veränderst, wenn du dich in deinem Leben nichts veränderst, dann wird sich eben überhaupt nichts im Leben verändern. Das heißt, wenn du andere Ergebnisse haben willst in der Zukunft, als du bisher hast, dann wirst du auch andere Dinge tun müssen, als du bisher tust. Was ist etwas, was du also bisher intensiver oder ganz anders oder neu machst, was du bisher noch nicht gemacht hast? Wo ist der Veränderungsimpuls? Denn wenn du immer das Gleiche tust, was du bisher getan hast, in der gleichen Qualität, in der gleichen Intensität, von der gleichen Dauer, dann wirst du auch immer nur das bekommen, was du bisher bekommen hast. Denn eins der geistigen Gesetzmäßigkeiten ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und die gleiche Ursache bringt immer die gleiche Wirkung. Wenn du andere Wirkungen haben willst, musst du andere Ursachen setzen. Mehr vom Gleichen bringt immer nur mehr vom Gleichen Ergebnis. Stell dir das vor wie eine einspurige Straße. Irgendwann hat man mal festgestellt vor vielen Jahren, eine einspurige Straße war irgendwann verstopft. Also hat man eine zweispurige Straße gemacht. Dann eine dreispurige, das nennt man dann Autobahn. Und heute gibt es teilweise in China 20-spurige Autobahnen. Die komplett verstopft sind, weil es das Problem nicht löst. Stau gibt es immer. Egal wie viele Spuren du nebeneinander machst. Oder wie Goethe so schön gesagt hat, getretener Quark wird breit, nicht stark. Also immer mehr vom Gleichen bringt dir auch immer wieder nur gleiche Ergebnisse. Also was ist der Veränderungsimpuls? Das ist Faktor Nummer zwei. Der dritte Punkt ist dein Commitment. Commitment heißt eine Verpflichtung zu diesem Ziel. Daran erkenne ich eine Entscheidungskraft. Woran erkenne ich eine Verpflichtung? Ganz einfach. In dem Moment, wo du öffentlich drüber sprichst. Wo du es aus deinem Innen nach außen präsentierst. Wenn du nur für dich selbst dein Ziel persönlich hast und niemand davon erzählst, niemand weiß es, wenn du es also praktisch in der äußeren Welt, in der äußeren Realität nicht sichtbar machst, dann kann es auch nicht in Erscheinung treten. Denn alles, was du in deinem Innen behältst und es nicht in die äußere Welt bringst, das kann in der äußeren Welt auch nicht als Ergebnis in Erscheinung treten. Das heißt, dieses Ziel, das du hast, hast du es klar fixiert, hast du es klar definiert und hast du darüber schon gesprochen. Denn in dem Moment, wo du darüber sprichst, verpflichtest du dich darüber. Hast du schon mal vielleicht ein Video gemacht und es bei Facebook gepostet, wo du gesagt hast, nächstes Jahr im Sommer habe ich dieses und jenes Ziel erreicht. Das kann für ein Körpergewicht gelten, das kann für ein finanzielles Ziel gelten, für eine Reise, egal für was. Hast du dich dazu verpflichtet? Hast du es nach außen gezeigt? Das ist der dritte Punkt. Und ein vierter Punkt, den möchte ich dir gerne auch noch mit dazugeben, wie schnell bist du in die Aktivität gekommen? Wie schnell und wie stark setzt du jeden Tag um? Wie hoch ist dein Aktivitätslevel dafür? Machst du wirklich jeden Tag was dafür oder einmal im Monat? Wenn sich ein Mensch ein Ziel setzt und sagt, er möchte dieses und jenes in seinem Leben erreichen oder dieses und jenes in seinem Leben verändern, dann erkenne ich als Coach immer sehr, sehr schnell, ob er das wirklich will, an zwei Faktoren. Erstens, wie schnell kommt er in die Umsetzung? Also Geschwindigkeit. Und zweitens, wie kontinuierlich ist der im Umsetzungsprozess? Das heißt, wie häufig und wie regelmäßig macht er diese Sache? Also Schnelligkeit und Häufigkeit. Natürlich auch die Intensität und Qualität dieser Sache. Davon gehe ich jetzt mal aus. Aber wenn du natürlich nicht ins Handeln kommst, wenn du sagst, ja okay, da fange ich dann nächsten Monat mal an. Wenn du sagst, okay, das versuche ich dann dreimal in der Woche zu machen und du machst das auch bloß ein-, zweimal in der Woche, dann merke ich, es ist keine Entscheidung da. Es ist kein Commitment. Weißt du, das ist manchmal auch nicht schlimm. Vielleicht ist es dir einfach auch nicht wichtig genug. Dann lass es bleiben. Aber bitte erzähl dir nicht selbst die Lüge, dass du irgendwas haben willst, wenn du keine Entscheidung dafür getroffen hast. Dann sei wenigstens ehrlich zu dir und sag ganz ehrlich, nein, es ist nicht das, dass ich keine Zeit habe dafür, nein, es ist nicht das, dass es auch schwierig zu organisieren ist, nein, es ist nicht das, dass es schwer zu erreichen ist oder dass irgendwas dazwischen gekommen ist, nein, der einzige fucking Grund ist, dass ich selbst keine Entscheidung dafür getroffen habe. Und ich habe keine Entscheidung getroffen, weil es mir nicht wichtig ist. Und weißt du, warum es dir nicht wichtig genug ist? Weil dir was anderes wichtiger ist. Denn wenn deine Priorität auf was anderem höher ist, rückt dieses Ziel, dass du dir vorgibst, in der Priorität eins runter. Es gibt nur eine Nummer eins. Das heißt, es gibt nur eine Nummer eins Priorität in deinem Leben. Entweder du willst was Neues erleben oder du möchtest das Alte bewahren. Es gibt aber nicht beides gleichzeitig. Also sei ehrlich zu dir und überleg dir, ob du wirklich eine Entscheidung getroffen hast oder ob du nur vorgegeben hast, etwas erreichen zu wollen. Prüf diese drei, eigentlich diese vier Kriterien, die ich dir jetzt gegeben habe. Und wenn du mehr wissen willst und wenn du wirklich eine Entscheidung getroffen hast, für dich selbst, für dein Leben, für das, was du das Beste aus deinem Leben holen willst, für deine Ziele und du auf diesem Weg jetzt zu diesem Ziel Unterstützung brauchst, neue Menschen, ein neues Umfeld, mehr Techniken, mehr Tools, mehr Hilfen, die dich mental und emotional stabilisieren, dann komm zur Erfolgsoffensive, meinem Kennenlern-Erfolgs-Seminar. Es ist ein zweitägiges Seminar und bei diesem Seminar bekommst du die Unterstützung, das Rüstzeug auf deinem Weg zum Ziel. Viele Menschen treffen auch bei diesem Seminar neue Entscheidungen, weil wir in diesem Seminar so eine Klarheit entwickeln bei den Menschen für das, was sie wirklich wollen und für das, was sie auf keinen Fall mehr wollen, dass diese Menschen oftmals im Seminar eine Entscheidung treffen und es ist oftmals auch eine große Erfahrung für diese Menschen, weil sie sagen, endlich habe ich mal eine Entscheidung treffen können. Denn manchmal brauchst du einfach auch eine neue Umgebung, ein neues Umfeld und neuen Input, dass du endlich eine Entscheidung treffen kannst. Also, wenn du eine neue Entscheidung in deinem Leben treffen willst, für etwas, was du verändern oder erreichen möchtest, wenn du eine Entscheidung schon getroffen hast und auf deinem Weg jetzt Unterstützung, Know-how, Support, Taktik, Strategie brauchst, dann komm zur Erfolgsoffensive. Du findest alle Tickets zu diesem sensationellen zweitägigen Seminar Erlebnis, ist wirklich ein Erlebnis, findest du auf meiner Webseite www.erfolgs-offensive.de. Komm zu diesem Seminar und starte dort in dein Leben, das du dir wünschst. Ich freue mich riesig auf dich. Ich hoffe, das war ein guter, knackiger Impuls in dieser recht kurzen Podcast-Folge, aber manchmal kann man die Dinge auch einfach mal auf den Punkt bringen. Also, let's go, treffe eine Entscheidung für dich und wenn es vielleicht auch jetzt die Entscheidung ist, dir endlich dein Ticket zu sichern für das nächste Seminar, für die nächsten Termine. Egal, wo sie sind. Wenn du kommen willst, dann komm und lass deine Ausreden zu Hause und stell mir bitte nicht die Frage, ob ich mal in deine Stadt komme. Nein, wenn du willst, wenn du was verändern willst, wenn du heiß bist auf das Seminar, dann treffe eine Entscheidung und komm. Also, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder reinhört beim Erfolgs-Offensive-Podcast. Liebe Grüße, euer Steffen Kirchner. Ciao. Ciao. Nur ein Herz kann richtig navigieren und zum Licht hinführen.